Wir haben ja bereits kennengelernt die vier Abstraktionsebenen einer Programmiersprache. Das sind die Lexikalik, die Syntag, die Semantik und die Pragmatik. Die Lexikalik beschreibt, welche Zeichen generell gültig sind in Programmen, die mit einer spezifischen Programmiersprache erstellt werden. Beziehungsweise nicht nur Zeichen, sondern auch einzelne Zusammensetzungen von Zeichen, sogenannte Wörter. Die Syntax legt dann fest, wie die gültigen Zeichen und Wörter korrekt oder in welcher Reihenfolge die in einem Programm benutzt werden können. Das heißt, die Syntax beschreibt den korrekten Aufbau von Sätzen einer Programmiersprache. Die Semantik legt dann fest, was diese Sätze bedeuten. Das heißt, was passiert, wenn man beispielsweise jetzt bei Computerprogrammen bestimmte Sätze ausführt. Die Pragmatik legt fest den Einsatzbereich einer Sprache. Auf diesen Abstraktionsebenen aufbauend arbeiten Compiler. Compiler sind ja Werkzeuge, die ein Quellprogramm überführen in ein Zielprogramm. Und Compiler bestehen aus mehreren Komponenten, wie beispielsweise einem Scanner, einem Parser und einem Teil für die Code-Generierung. Der Scanner ist dabei für die lexikalische Analyse zuständig. Das heißt, er überprüft, ob in dem Quellprogramm nur gültige Zeichen und Wörter bezüglich der zugrunde liegenden Programmiersprache vorhanden sind. Und er überführt das Quellprogramm in eine sogenannte Token-Folge. Die nennt man nämlich Token, die Wörter der Sprache oder die Bestandteile des entsprechenden Programms. Diese Token-Folge wird dann dem Parser zukommen gelassen und der Parser überprüft die syntaktische Korrektheit des Programms. Dazu wird die Token-Folge in einen Ableitungsbaum überführt. Die dritte Komponente ist dann die Code-Generierungskomponente, die auf der Grundlage dieses Ableitungsbaums dann dann Code generiert. Das heißt, hier wird eine semantische Analyse durchgeführt. Was soll letztendlich diese Wörterfolge bedeuten? Und aufgrund der semantischen Analyse kann dann Code generiert werden. Und letztendlich wird dann ein Zielprogramm generiert, das im Allgemeinen ausführbar ist. Und das ist ein Zielprogramm. Und das ist ein Zielprogramm.